Das konsequente Zusammendenken von agilen Märkten und regulatorischen Rahmenbedingungen ist meines Erachtens eine wichtige Säule für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Zu den Herausforderungen zählen neben dem Klimawandel natürlich die demografische Entwicklung, internationale Migrationsströme, aber genauso auch die Digitalisierung. Mit Blick auf die definierten Klimaziele ist es absolut notwendig, dass die Finanzindustrie ihre dienende Rolle wahrnimmt. Das passiert unter dem Stichwort Sustainable Finance, nämlich der nachhaltigen Ausrichtung des Finanzsystems im Sinne der Finanzierung, der Transformation ganzer Wirtschaftszweige, die notwendig sind. Das kann nur gemeinsam gelingen.